Ich habe schon wieder einen Starfotografen-Milz, das habe ich schon wieder gar nicht verdient. Lutz hat schon wieder so geile Bilder gemacht. Okay, Rad ist soweit fertig, die Nummer ist dran, die Beutel sind vorbereitet. Ich zeige euch jetzt nochmal, was in die Beutel reinkommt, aber erstmal mein Rad. Zack, zack, zack. Perfekt, es lädt gerade nochmal, wird alle 15 Minuten läuten das Ding. So, Helm und Rad. Also ich mache meine Radschuhe wie immer eigentlich ans Rad. Und ich fahre diesmal Zeitverhelm-Kombi mit der Brille hier. Einfach weil durchs Visier zu wenig Wind reinkommt. Mit der Brille kommt Wind rein und ich kann mich auskühlen, was ganz gut ist. Was kommt in meinen Running-Beutel rein? Also, ich habe diese Schuhe hier, die ein bisschen imprägniert sind. Einfach aus dem Grund, dass wenn ich mir Wasser übers Gesicht schütte, nicht gleich die Füße komplett nass werden. Was eine gute Idee ist, denke ich. Dann die Nummer-Gels und das hier sind Salztabletten. Einfach, um sicher zu sein, nicht zu versalzen. Auszusalzen. Auszusalzen ist, glaube ich, der Begriff. So, und Mütze und noch eine Brille dazu. Dann gibt es hier noch so coole Beutel. Die nennen sich Special Needs Foods. Und da gibt es einen für die Laufstrecke und für die Radstrecke. Ich werde den für die Laufstrecke nur benutzen. Auf dem Rad müsste ich da anhalten. Das macht wenig Sinn. Aber auf der Laufstrecke ist wahrscheinlich dann eher Platz. Oder mal gucken. Und ich werde eine Sprite reinmachen und noch einen Cliff Bar. Einfach, um ein bisschen was anderes mal zu haben. Außer das, was da ist. Cliff Bars reichen sie eigentlich auch. Aber einfach nur zur Sicherheit. Und vielleicht mache ich noch ein kleines Getränk rein mit so ein bisschen Waldmeister. Einfach, um ein bisschen Abwechslungs zu haben. Und ein bisschen Geschmack noch. Ja, und das waren die Beutel auch schon. Und ja, auf dem Rad. Die Radverpflegung habe ich jetzt auch. Ich habe so eine Kohlenhydrat-Mixtur von einem Schweizer Hersteller. Und da sind auf 100 Gramm Pulver sind 80 Gramm drin an Kohlenhydraten. Und dann werde ich noch 7 Gels dazu nehmen. Einfach, um eine Mischung zu haben. Und nicht nur Gels zu haben. Weil nur Gels finde ich ein bisschen eklig. Ist so schon schlimm genug, sage ich mal. Und dann nehme ich noch Riegel, den ich in vier Teile. Und dann jede Stunde davon 10 Gramm einfach noch ein bisschen was kaue. So, einfach so. Ja. So, Bike ist eingecheckt. Und jetzt Beine hochlegen, wie gesagt. Ah, da vorne. So, also. Rad ist eingecheckt. Ja. Bedeutet, der Tag ist eigentlich so gut wie gelaufen. Vorbelastung. Vorbelastung. Kleiner gibt es. Ganz groß. Spritzig rein. Zwei, drei kleine Beschleunigung. Und. Ja. Dann war es das für mich. Und. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Rennen gucken. Wird eine harte Nacht für euch. Also. Seid gewappnet. Trink nicht zu viel Cola. Ist viel Zucker drin. Ich darf das. Ich renne ein bisschen. Und. Ja. Dann wurde noch ein schönes Video heute geschickt. Was. Ja. Echt geil ist. Und. Ich möchte mich schon mal bedanken an alle, die daran teilgenommen haben. Und alle, die mir geschrieben haben. Es sind so viele. Sorry, dass ich nicht alles beantworten kann. Und. Ja. Auf ein geiles Rennen. Ich freue mich drauf. Nervosität hält sich zum Glück noch in Grenzen. Wahrscheinlich, weil ich einfach weiß, hier ist jeder stark. Und nicht nur 2, 3, 4, 5 auf die man gucken muss. Sondern eigentlich alle. Und dementsprechend brauchst du noch nicht nervös sein. Sondern einfach schnell sein. Und. Ja. Also. Dann. Wie habe ich schon gesagt. Die Insel respektieren. Und respektiert sie hoffentlich auch mich. Okay. Also. Jetzt gab es doch noch. Räder zum Ausleihen. Ein E-Bike ist es geworden. Und mit dem fahre ich gleich mal testweise nach Hause. Das macht doch schon ein bisschen Bock. Hahaha. Nein. 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 Okay. Also. Viel Gelaber. Und. Ja. Eigentlich schon wieder viel zu viel Gelaber vom Rennen. Also. Lass uns an der Stelle sein. Ich haue jetzt das Video rein. Was mir geschickt wurde. Mit allen neuen Nachrichten. Damit ich das auch an alle anderen teilen kann. Und. Ich möchte mich nochmal ganz groß und herzlich dafür bedanken. Äh. Ja. Ist einfach schön zu sehen. Und. Genießt das Rennen. Ciao. neues H Ems. 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 Mim Sydney. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Frankfurt. Hallo Flo, ich wünsche dir alles Gute für deinen Start in Kona und genieß den Tag und vergiss nicht, warum du das machst. Viel Spaß, hau rein, ciao. Hey Flo, alles Gute für Samstag, genieß das Rennen, gib Gas und Kette rechts. Ich drücke die Daumen. Hey Flo, wie hast du gleich noch gesagt? Lange Rede, gar kein Sinn. Der Kollege hier und ich wünschen dir ganz viel Spaß morgen. Kette rechts und so. Du weißt Bescheid. Enjoy. Hey Flo, wir glauben an dich. Rock das Ding in Kona. Immer schön Kette rechts. Du machst das. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß. Flo, viel Spaß Samstag beim Rennen und hau einen raus. Boom. Flo, mein Guter. Alles Gute für den Renntag am Samstag. Keep rolling. Stay cool. Und viel Spaß und Erfolg. Liebe Grüße aus Jena. Peace. Servus Flo. Servus Flo, ich wünsche dir alles, alles Gute für das Rennen. Du hast gut trainiert und jetzt geh einfach raus und genieß es. Hey Flo, viel Erfolg und du schwitzt. Flo, du rockst das Ding. Ich glaube an dich. Und als extra Motivation, jede 10 Minuten unter 8,58, eine Woche Trainingslager mit mir. Auf meine Kosten. Du machst das. Hallo Flo, hier frisch von meiner Intervalllaufbahn. Habe ich heute auch an dich gedacht beim Intervalllaufen und dachte mir, gut, er macht das jetzt 42 Kilometer in dem Tempo. Wahrscheinlich sogar noch schneller. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für Hawaii. Ganz starke Beine und einfach wow, mach weiter so. Denk dran, das ist jetzt die Belohnung für das ganze harte Training. Lass dich dann feiern und ganz viel Spaß. Ciao. Auch von mir alles Gute für Sonntag und immer schön lächeln für die Fotografen. Hi. Wünsche dir ganz viel Erfolg und viel Spaß beim Rennen. Hey Flo, sei kein Homo. Kette rechts und ab über die Finishline. So soll es sein. Mach's gut. Servus, Flo. Schöne Grüße aus dem Allgäu. Ich wünsche dir ein Mega-Rennen, dass alles so läuft, wie du dir vorstellst. Und ich bin mir sicher, du brauchst das Ding. Du hast dich super vorbereitet. Es kann nun gut werden. Ich bin gespannt, was du berichtest. Lieber Flo, wir wünschen dir für Hawaii alles Gute, gute Beine und vor allem viel, viel Erfolg. Und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Flo, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß bei deinem Rennen am Samstag. Ich werde es natürlich verfolgen. Wie immer Kette rechts, du weißt ganz genau Bescheid. Wir sehen uns. Hau rein. Mach's gut. Hey Flo, die Trier-W-Family steht hinter dir. Zieht durch. Hallo Flo, wünsche dir für deinen Start heute in Kona alles, alles Gute und denk daran, Kette rechts. Also Flo, jetzt geht's gleich los. Und ein Tipp von mir, gib Gas, weil je schneller du bist, je schneller bist du am Ziel und die Schmerzen sind vorbei. Deshalb viel Erfolg und Kette rechts. Flo, nun ist es soweit. Mehr als ein Jahr Arbeit für den Moment. Gib Gas, Junge. Kette rechts. Hau rein, schaffst du. Ja, auch von mir alles Gute für am Samstag. Es freut mich total zu wissen, dass du endlich deinen Traum ausleben darfst. Du hast so viel dafür gearbeitet und ich durfte extrem viel von dir lernen in der ganzen Vorbereitung. Und du hast mir und ich denke auch allen anderen durch deine Minus extrem viel gegeben. Es ist nur eine ganz kleine Geste, aber wir wollen einfach, dass du weißt, dass wir auf jeden Fall dich verfolgen und dich unterstützen. Und ich bin einfach jetzt schon extrem stolz auf dich und was du schon alles geleistet hast. Also ja, viel Spaß am Samstag. Genieß es und auf jeden Fall werden wir dich sicher im Trek-A-Life verfolgen.